Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich begrüße euch heute zum 12. Adventskalendertag mit der lieben Laura vom Kanal TessiTessi und wie ihr hört bin ich immer noch vollkommen stimmlos, nahezu und weil ich heute mal einen anständigen Tag habe, werde ich die restlichen 12 bis 24 Tütchen, Türchen heute für euch öffnen und euch nach und nach natürlich die nächsten Tage hochladen. Mir geht es einfach in der Zeit ganz schwierig, also ich habe total die Bronchitis und ich bin froh, dass ich einigermaßen heute, ich habe zum Beispiel auch wieder total das Gerstenkorn am Wandern, was ich ja jetzt seit ein paar Wochen eigentlich jetzt nicht mehr hatte und ich hoffe ihr seht mir das wirklich nach, ich bin wirklich froh, wenn ihr die Videos trotzdem zu sehen bekommt und ihr euch trotzdem freut, wenn ihr mich seht, auch wenn ich jeden Tag gleich aussehe, aber lieber Lida, schau mal, ich habe dieser, ich habe ein ganz tolles Tauschpaket mit dem Kanal Family4Life, da könnt ihr gerne mal hier in der Infokarte reinklotzen, weil das ein so schönes Paket gewesen ist, aber wir wollen uns mal aufs Wesentliche konzentrieren. Laura und ich vom Kanal TessiTessi haben einen Adventskalender kreiert diesen Monat, es ist ja schon halbe Zeit zu Weihnachten. Ich bin mega aufgeregt, wir haben uns 24 Päckchen geschickt und natürlich alle Informationen zu ihrem Kanal findet ihr unten in der Infobox und wir packen heute Tütchen Türchen Nummer 12 aus und zwar habe ich mittlerweile, weil es jetzt nicht mehr so viele sind und zwar ist es ein Pencil, glaube ich und auf dem Kärtchen steht For Your Golden Moments. Jetzt muss ich schon wieder irgendeine, oh ich hasse das habt ihr, kennt ihr das, wenn ihr dann kein Messer oder so in der Nähe habt? So, das war For Your Golden Moments. Wow, das ist ein NYX Pencil und zwar ein Schimmer Eye Pencil. Ich habe überhaupt noch gar keine Eye Pencil, liebe Laura, ich habe, also ich habe ja wirklich viel, aber so Pencils benutze ich eigentlich fast gar nicht, aber diesen richtig toll und zwar ist es, wow, das ist ein wunderschöner kupferfarbener Ton, den ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne benutzen möchte. Gerade zu diesem Look könnte er zum Beispiel total gut passen, weil heute bin ich, heute und die nächsten Tage bin ich auf Kupferlaune und ich hoffe, diese Reihe gefällt euch wahnsinnig gern. Schaut doch gerne bei der Laura auf ihrem Kanal vorbei, die packt immer, eigentlich so nachts wird sie am meisten hochgeladen, relativ früh ihre Videos hoch, weil wir sehr separat voneinander drehen müssen und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Türchen wieder dabei seid.